Ihr grüßt sich, Burm. Der Simp of Bel-Air schlägt zurück. Und dieses Oscar-Spektakel wollen wir uns doch heute mal genauer anschauen. Gerade, weil wir das ja schon mal beleuchtet haben, mit seiner hochgradigen, problematischen Frau, die er da, diese offene Beziehung hatte, nebenher gezockt hat, ja. Eine Affäre oder ein Entanglement, also eine Verstrickung, mit dem Freund ihres Sohnes hatte, der 20 Jahre jünger war. Und das mag ich auch noch gerne hier oben. Doch damit kommen wir doch mal rein zum Video. Das ist so geil, ne? Der Chris Rock hier macht halt den Witz über die Jada, wo er sagt, ja, hey, ja, G.I. Jane im Vergleich zum G.I. Joe, das ist ja diese weibliche Soldatin, die er auch Kurzhafe so tragt wie sie hier. Und da sehen wir einen Schmidt-Wilhelm noch ganz frech lachen. Doch schauen wir mal, was jetzt passiert. Da hat er schon gemerkt, okay, es kommt nicht so gut an, weil wenn man da die Jada beobachtet, gehen wir mal nochmal ein bisschen zurück, hier bei ihrem Gesicht, da schaut sie nach oben und der Will, wie gesagt, lacht. Aber das ist ja genau dieser signifikante Punkt, wo jetzt dann plötzlich dann doch diese Schwenkung auch vom Schmidt-Wilhelm kommt. Alter, was für ein heftiger Bader-Kack. Weil das Heftige ist ja, dass wenn seine Frau mit anderen Männern schläft, dann sagt er, ja, oh ja, es ist alles Liebe, aber wehe, du machst Witze über die Kurzhaarfrisur dieserjenigen welchen. Ja, dann muss man gleich den Captain Saverhoe spielen und aufstehen und hier mit Gewalt reagieren, was natürlich total reaktiv ist und, ja, wie soll man sagen, feminine energy, wenn das eben der Mann macht und sich hier so emotional disreguliert. Und vor allem in diesem Kontext, da muss man ja sehen, dass er ja eine Frau beschützt, die ja ihm gar nicht würdig ist insofern, weil sie ihn ja betrogen hat oder das dann halt so rumlügt und dann das umdeutet durchs Gaslighting, durch die Minimierung, ach, ich würde es nicht als eine Verstrickung sehen und ihm ja da und diese Emotionen abspricht und menschlich unter aller Kanone agiert und dass er sich dann so verhält, ja. Klar kann man sagen, das ist jetzt die, ja, diese Retterdynamik, was viele Männer haben, aber in diesem Kontext absolut giftig. Und das Nächste sind ja auch hier, um einen kurzen Schwenk in die Doppelstandards zu machen, was würde passieren, wenn der Chris Rock jetzt eine Frau gewesen wäre, ja. Wenn es ein Mann macht, der ja seine Frau verteidigt, oh, dann klatschen sie alle wieder, dann sagen sie, boah, das ist aber überhaupt nicht das, was ja immer als Kampfbegriff toxische Männlichkeit sagt. Da ist es wieder toll, wenn der Mann zuhaut, aber wenn es zum Beispiel der Chris Rock eine Frau gewesen wäre, da sehen wir ja schon, was dann passiert würde, ja. Die Welt würde sich ja im schwarzen Loch zusammenziehen. Klar muss man das in beiden Kontexten natürlich verurteilen, aber hier gibt es gar keinen Aufschrei, ja. Da ist es das Normalste auf der Welt, aber wehe, hier eine Frau wäre betroffen. Und wie gerade gesagt, ein Mann verteidigt seine Frau, wuhu, wow. Ja, da haben wir auch diese Freunde der Familie danach, dann ein paar Interviews noch zu Wort kommen hören oder konnte man es zumindest anschauen und da war das ja dann, oh, krass. Das ist auch wieder so heuchlerisch. Und vor allem, dass sie dann sagen, ja, eine Frau, die hat Haarausfall und das ist ganz, ganz schlimm, ja. Die Männer, die eine Glatze kriegen und dann hier öffentlich teilweise auch geröstet werden, da ist es, mei, wen juckt das schon? So, aber um Gottes Willen, oh, eine Frau, oh, schnell, das ist ganz, ganz schlimm. Das rechtfertigt natürlich dann diese Gewalt irgendwie. Dass sie schauen, in welchen Breitengraden des Wahns diese Leute unterwegs sind. Doch damit zurück zu der Oscar-Verleihung. Will Smith just smacked the shit out of me. Und der macht's heftig, also der Chris Rock, der wäscht es schnell ab, der kann mit dieser Situation sehr krass umgehen. Und da gibt's ja einige Stimmen, die meinen, dass das fake wäre oder dass es nur gestaged wäre, ja. Ich bezweifle das, weil das eben typisch für solche Männer, für solche Blue Pill Wills sind, die ja mit so gerade giftigen Frauen, Borderliner, Narzissmus, Cluster B, in eine Beziehung kommen und da auch so lange drin sind. Und man hat ja schon im letzten Video auch gesehen, wo sie ja diesen sogenannten Red Table Talk haben, wie aufgewaschen emotional der ist. Und dazu schauen wir uns gleich nochmal auch die bestimmten Auffälligkeiten bei dieser Dame auch in puncto Narzissmus an. Doch zuerst ziehen wir uns das Video mal noch fertig rein. Ne? Wow! Da sehen wir schon, ja, wie hochgradig aggressiv der ist. Die feminine energy ist sehr stark in ihm. Und vor allem, er sagt ja, ja, du nimmst gefälligst den Namen meiner Frau nicht in den Mund. Zeitgleich ist es aber auch wieder diese Diskrepanz, weil er es ja nicht einmal schafft, andere Männer aus dem Mund seiner Frau zu halten. Wie wir es ja in vielen Kommentaren gelesen haben. Und da ist ja auch sehr, sehr viel Wahrheit dabei. Und das ist auch dieser Frust, der wahrscheinlich jetzt durch den Chris Rock und durch diese Witze der letzte Tropfen im Fass war, der es dann zum Überlaufen gebracht hat. Oh, Mann! Ja! Es war ein G.I. Jane Job! Ich halte meine Frau's Namen aus der fucking Mund! Und das ist schon richtig krass, dass man da für ein Cringe-Gefühl auch kriegt, weil es total überzogen ist, überhaupt nicht zu dieser Situation passt. Viel besser, wenn es den wirklich dann so stört ist, dass man dann halt im Privaten mit dem Chris Rock drüber spricht und nicht so einen Zirkus draus zu machen, ja. Aber das ist halt auch das Problem dabei, wenn man hier dauernd mit solchen toxischen Menschen dann auch da noch weiter zusammenbleibt und so ein Bluepill-Beta ist. Und wie es auch dazu kommen kann, schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Denn dem seine Frau ist eine dieser hochgradigen Cluster B, malignend Narzissists, wie man es ja im Englischen sagt. Und das sehen wir auch nochmal sehr schön hier zusammengefasst, ja. Sie sind übermäßig selbstsüchtig. Und das hier angestrichene Narzissen betrachten andere als Erweiterung ihrer selbst. Dabei geht es ja hier, weil der Will Smith in diesem Fall der sogenannte fliegende Affe war, der hier den Auftrag des gekränkten Narzissen oder vor allem die narzisstische Wut auslebt. Das Wort fliegende Affe kommt aus dem Zauberer von Oster. Da gibt es ja diese böse Hexe aus dem Westen, die ja letztendlich diese Affen mit den Flügeln hat, die ihre Aufträge zur Boshaftigkeit letztendlich erfüllt. Und das sehen wir auch bei diesen dysfunktionalen Narzissen, die dann andere rekrutieren, entweder als sogenannte Enabler, die ermöglichen, die dann diesen Missbrauch, den die ja oftmals zutage legen, rechtfertigen. Oder die guten alten Apologeten, die dann sagen, ja du, ja, schwere Kindheit hatte ich gehabt, deswegen muss die sich jetzt so verhalten. Oder hier, ach, die Frau, die kann damit nicht klarkommen, deswegen muss er natürlich jetzt aufstehen und dem eine reinwatschen. Wahrscheinlich auch, weil er sich überlegt hat, okay, was wird das wieder für ein Drama geben? Och, zu Hause, oh, du bist ja gar kein Mann, der mich verteidigt. Und dieses ständige Gaslighting wird es wahrscheinlich zu Hause bei denen auch weitergeben. Was wir da offenbar sehen, ist diese ständige Idealisierung. Jetzt kriegt er wieder Leckerlis im Sinne von positiver Aufmerksamkeit. Oh, das hast du aber toll gemacht. Oh, ja, du bist ein Verteidiger des Friedens, der Liebe und so weiter. Und wenn er das nicht gemacht hätte, gäbe es wieder massive Abwertung. Und das über die Jahre erzeugt ja auch so eine Kernwunde in der Seele, was einige von euch bestimmt, die mit Borderlinerinnen länger zusammen waren, auch in ähnlicher Form berichten können. Und führt letztendlich dazu, dass der Will Smith so hochgradig emotional dereguliert auch ist. Und das schauen wir uns auch nochmal gleich an. Nur noch hier, das fand ich auch so interessant. Ja, die können großzügig für eine Sache spenden oder anderen helfen, um gut über sich selbst zu reflektieren. Die klassischen kommunalen Narzissten. Das sind dann die, oh, wow, habe ich viel gespendet. Oder die Tugendsignalisierung. Da blende ich euch auch nochmal eine Denkmeme ein. Ja, ich unterstütze das aktuelle Ereignis immer und immer wieder zu sehen. Und das ist ja auch das, ja. Wenn diese Bewunderung, die Aufmerksamkeit oder die Prestige nicht mit einherkommt und sie werden nur ein bisschen gekränkt, dann kommt dieses Ausrasten. Das haben wir an ihrem missgünstigen Gesichtsausdruck gesehen, wo der Will noch lacht. Und dann schaut er zu ihr rüber, sieht so, oh, oh, die Dame, die Heilige. Narzisstin hier oder Cluster B oder was weiß ich, was sie da wahrscheinlich eine bunte Mischung aus allen Pathologien ist. Das gefällt ihr nicht. Und dann springt er sofort auf, um hier den Retter zu mehmen, um natürlich dann später dann nicht den Ärger zu Hause zu haben. Und wie gerade eben gesagt, ja, diese Kernwunde, die ja damit oftmals erzeugt wird, weil das sind ja oftmals bösartige Zeitgenossen. Und gerade das, was wir beim Schmidt-Wilhelm hier sehen, ist die sogenannte emotionale Disregulierung, ja. Dass gerade hier Depression und vor allem diese extreme Wut, diese Ambivalenz und vor allem diese feminine Energy, ja, dass er sich überhaupt nicht selber regulieren kann. Ja, er muss ja seine Emotionen zeigen. Nur ist es halt, wie wir gerade gesehen haben, ja, suboptimal. Und vor allem die verzerrte Selbstwahrnehmung, die in solchen Fällen oftmals auftritt. Dass man eben hier dann diese, oh, ich muss jetzt diese Prinzessin retten. Damit einhergehen, sehen wir natürlich auch die verzerrte Wahrnehmung des Täters, ja. Ich bleibe bei meiner Frau egal, was passiert, wie wir es ja aus dem letzten Video auch gesehen haben. Weil da eine sogenannte Traumabindung stattfindet. Und da ist ja auch dieses Diagnosebild, was jetzt immer mehr kommt, der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, wo man ja hier auch dieses ambivalente Verhältnis sehen kann. Was ja, wie gesagt, sehr gut bei diesem Red Table Talk auch sichtbar wurde. Wie bösartig, hinterfotzig und die Realität umdeutend diese Jada Pinkett Smith immer arbeitet. Und deswegen ist es ja so hochgradig wichtig, sich von solchen Frauen gerade zu entfernen. Welchen Schwachsinn man da oftmals hören ist, it's cheaper to keep her. Also es ist billiger vom finanziellen Aspekt, mit der zusammenzubleiben. Aber der Preis, den er für die Seele bezahlt, das ist ja genau das. Der ist viel höher im Vergleich zu dem, was es jemals kosten würde, die abzuschießen, sich von der zu trennen oder scheiden zu lassen. Weil diese hochgradigen Ärgernisse, die er ja schon in die Gesellschaft mit reinträgt und immer wieder zum Drama wird, das ist ja kein Verhältnis mehr zu dem, was es kostet, solche Leute eiskalt aus dem Leben rauszukicken. Und hier ist es ja auch sehr gut zu sehen, weil die Narzisstin, die liebt natürlich das Drama. Und das konnte sie ja hier sehr, sehr toll nochmal durchleben, ihren Sauerstoff aus dieser Zwietracht. Denn der Retter war natürlich hier der Simp of Bel-Air und sie war natürlich das arme Opfer. Deswegen, weil sie ihre Kindheit und so weiter nicht aufgearbeitet hat. Und der Chris Rock war natürlich dann hier der böse Verfolger. Und dieses Schauspiel gibt natürlich dann solchen Personen nochmal neue Kraft. Und deswegen ist es, wie gerade gesagt, nochmal so wichtig, hier sich einfach zu entfernen, weil die mächtigste Ressource allgemein der Frauenwelt ist natürlich Aufmerksamkeit. Aber umso mehr noch von diesen Narzisstinnen, weil die brauchen ja diese Bestätigung durch die Welt. Und auch negative Aufmerksamkeit ist Bestätigung. Dieses Drama und vor allem diese Sonderbehandlung, die damit oftmals mit einherkommt, und einfach nur Sauerstoff für diese Leute und deswegen Aufmerksamkeit komplett abziehen. Gerade schon bei solchen Damen. Hätte schon vor zehn Jahren machen sollen. Doch damit kommen wir mal zu seiner weiteren Ansprache, was er so bei den Oscars dann noch dazu gesagt hat. Und das ist halt Schwachsinn, weil da sagt er ja genau das, was seine Frau denkt. Ja, diesen Frame, diesen psychologischen Deutungsrahmen von dieser bösartigen Dame übernimmt er einfach und sagt so, ja, das ist Missbrauch, was der Chris Rock macht. Ja, dabei ist es ganz normal, dass man bei der Oscar-Verleihung ja die Leute röstet, wie wir beim Ricky Gervais schon gesehen haben, dass da halt jeder, der halt hinkommt, ja, geröstet wird. Mein Gott, so ist es halt. Und da will natürlich die heilige Krone der Schöpfung, die Jada Smith, eine Sonderbehandlung. Und oh Gott, ja, sie hat jetzt diesen kreisrunden Haarausfall. Sie ist aber leider nicht die Einzige, es wäre sie wahrscheinlich aber gerne. Und er ist natürlich hier die narzisstische Erweiterung und sagt jetzt das, was diese Dame denkt irgendwo. Und da sehen wir auch schon, ja, wie er hochgradig emotional dysreguliert ist. Das ist ja genau das Problem, warum gerade die Feminine Energy bei den Männern, wenn sie eine detoxische Männlichkeit integriert haben, so am Hintern letztendlich dann auch sind. Und das sehen wir ja gerade nochmal in diesem Kontext der komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen, die ja nach mehreren Jahren in Beziehungen erzeugt werden können, dass die Beeinträchtigungen beim Umgang mit Emotionen sichtbar sind, die meist zu gesellschaftlich oder situativ unangemessenen Reaktionen führt. Sie äußert sich in starken Stimmungsschwankungen, Aggression oder Gefühlshemmungen und kommt im Rahmen psychiatrischer Erkrankungen vor. Und das ist ja gerade auch, was wir hier sehr stark sehen und höchstwahrscheinlich auf diese hochgradig toxische Beziehung zurückzuführen ist. Das ist ein schönes Moment. Und ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht für einen Award gewinnen. Es ist nicht, es geht nicht für einen Award gewinnen, es geht für mich, es geht um, es geht um, dass sich ein Licht auf alle die Menschen, Tim und Trevor und... Und das ist immer dieses, ja, heuchlerische, politisch korrekte Gutmenschentum. Ja, zuerst haut er dem anderen Typ mal eine rein und dann sagt er, oh, jetzt da wird das Licht gestrahlen und ich möchte Inspiration für andere sein und, oh, ich bin ja so toll und gut. Und das ist ja genau diese Tugendsignalisierung, was man ja immer auch in diesen Kreisen so sieht, was ja auch so widerlich ist in Anbetracht dessen, was ja gerade hier offensichtlich passiert ist, ja. Die verhalten sich immer diametral gegenüber zu dem, was sie dann an schönen Worten rauslassen. Wow, wow, ist der gut, wow, krass. Und das ist der größte Bullshit in dem ganzen Theater, was da abgezogen wird, ja. Weil hier muss man ja nochmal genau beleuchten, was denn Liebe ist oder viel eher, was Liebe denn nicht ist, ja. Liebe ist nicht Co-Abhängigkeit, Aggression, unkontrollierte emotionale Ausraster und vor allem, wenn er dann sagen muss, ich brauche dich, das ist ja oftmals das Gegenteil von ich liebe dich und diese Verstrickungen, dieser ständige Konflikt, das Drama, das alles ist das Gegenteil von Liebe. Aber der rationalisiert sich das so hin, ja, wenn ich umso mehr kämpfe, wenn es umso mehr Schmerz verursacht, wenn es umso mehr Drama ist, dann ist es Liebe, ja. Aber das ist leider kompletter Schwachsinn und hält ihn auch mit dieser toxischen Dame zusammen und führt dann zu diesen ganzen Konsequenzen. Und es ist ja eine immer stärker werdende Abwärtsspirale. Und gerade deswegen muss man schauen, dass man solche Beziehungspartner, Freunde, in Anführungszeichen, aus dem eigenen Leben entfernt. Gut, gut, ja, das machst du sehr gut, narzisstische Erweiterung, oh, ganz toll. Oh, diese Scheinheiligkeit, oh, wow, so stark, wow, so toll und unabhängig. Diese Falschheit, da könnte man nur kotzen. Ja, und das ist ja letzten Endes hier dieser große Knackpunkt, ja, in welcher aktuellen Lebenslage der Will Smith ja schon drin ist. Obwohl sie ja gesagt haben, ja, wir waren bei der Paarberatung und das haben wir reflektiert und Psychotherapie da und da und da. Manche Leute kannst du einfach nicht verändern, vor allem, wenn sie sich nicht selber verändern wollen. Und vor allem, wenn jetzt hier diese Frau oder auch eine Freundin so hochgradig manipulativ toxisch ist wie dem seine Frau. Das ist halt dann aber leider Gottes auch diese St. Cost Fallacy, ja, dass man sich denkt, oh, jetzt habe ich schon so und so viel da reingebuttert und so und so viel gemacht für die. Und abschließend will ich da nochmal eine Geschichte erzählen, wo man das ja noch krasser herauskristallisieren kann, wo es ja um den 40. Geburtstag letztendlich geht und der Will Smith eben schon drei Jahre vorher die Geburtstagsfeier für sie geplant hat. Hier lesen wir das ja, dass er dann auch hoffte, dass sie dann bitte, bitte diese Bemühungen dann akzeptieren wird und letztendlich dann leider Gottes doch was anderes gezeigt hat. Der Fresh Simp of Bel Air sagte, dass er nach Pinkett Smiths 37. Geburtstag ein Team von Leuten eingestellt habe, um einen Dokumentarfilm zur Vorbereitung ihres 40. Geburtstags zusammenzustellen. Als der Tag kam, hatte er auch die familiären Wurzeln von Pinkett Smith aufgespürt, Mary J. Blige dazu gebracht, bei der Veranstaltung aufzutreten und den abschließenden Dokumentarfilm fertig, um ihn allen Gästen zu zeigen. Da sehen wir auch schon wieder das, was sehr viele Männer machen, diese Idealisierung und vor allem die Hoffnung auf Reziprozität. Wenn ich das alles gemacht habe, wenn ich diese Punkte für diejenige welche gesammelt habe, dann werde ich endlich akzeptiert, dann habe ich endlich das Punktekonto voll und dann werde ich so von dieser Dame geliebt. Aber gerade mit diesen Cluster B Personen ist es ja hochgradig schwer, weil dann hast du dann vielleicht, wenn sie gut drauf sind, ja, hier kriegst du ein bisschen Leckerli oder dann anderweitig wieder die Ausraster. Das sollte sie letztendlich aus der Midlife Crisis herausholen und es wird es eine tiefste und schönste Liebeserklärung sein, erinnerte sich Smith. Während er die Details für die Party zusammenstellte, fand Smith auch Bänder mit Sprachnachrichten von Pinkett Smiths Großmutter, die sie nie gehört hatte. Smith sagte, dass Pinkett Smith auf der Party die Bänder von einem der liebsten Menschen, die sie jemals in ihrem Leben gekannt hat, gehört habe, aber der Moment sei nichts Besonderes für sie, weil sie von all ihren Gästen begleitet werde, ja. Da sehen wir ja schon wieder diese Giftigkeit, anstatt dass er sich halt drüber freut und halt, wow, krass, jetzt ist er echt reingestellt, kommt dann gleich dieses bösartige Abwertende von dieser Person. Smith erinnerte sich, dass er unglücklich war und dachte, dass er seine Frau mit der großen Geste glücklich gemacht hatte. Stattdessen hat sie eine wirklich schwierige emotionale Zeit, ja. Ganz schnell ausmalen. Er sagte, dass Pinkett Smith und Willow Smith dann begonnen hätten, weitere Geburtstagspläne für den nächsten Tag zu besprechen, aber der Girls Trip Star gab Gas und sagte, sie wolle nichts tun. Ich wollte nur intime Zeit haben, erklärte Pinkett Smith. Jader sagte Schmidt-Wilhelm, dass er die Party geschmissen habe, weil er das Bild einer idealen Familie bewahren wollte, das er im Laufe der Jahre aufgebaut hatte. Und das ist der Inbegriff vom sogenannten Guilt-Tripping oder dem Schuldgefühlsausflug, weil er baut ja drei Jahre dran an dieser Feier und hat ja hier die guten Intentionen, aber sie unterstellt ihm dann gleich Böswilligkeit, wertet ihn ab und macht ihn in Anbetracht des Ganzen dann zu sau. Und da sehen wir ja wirklich, was im Kern dieser Frau vorgeht. Die Schauspielerin sagte Will Smith auch, wie unzufrieden sie mit der Feier sei. Ich war mit der öffentlichen Wahrnehmung viel bewusster als Jader, fügte Smith hinzu. Und dann sagte Will Smith, sie sagte mir, dass die Party die lächerlichste Zuschauerstellung meines Egos sei, fuhr er fort. Und da sehen wir ja schon wirklich diesen massiven, massiven Guilt-Trip, den sie hier versucht aufzubauen und ihn langsam vergiftet, weil sie eben so eine tolle Persönlichkeit auch hat. Und da nochmal so wichtig herauszukristallisieren, dass da natürlich alles in das Bild passt. Ihr Verhalten vom Betrug her, zum Gaslighting, zur Minimierung und den anderen narzisstischen Spielchen, die sie ja die ganze Zeit abzieht. Und was es dann auch mit dem Will macht, ja? Baut er sich heftig auf, freut sich und dann kommt die heftigste Abwertung. Diese ständige Gaslight, diese krassen Manipulationen und dieses langsame Vergiften führt letztendlich zu der Gipfelung diesen ganzen Theaters. Und deswegen hier abschließend nochmal so wichtig, solche Leute nicht durch Aufmerksamkeit zu beschenken und ein eiskalter Stein letztendlich, wie man ja auch sagt, zu werden. Gerade im Kontext von diesen Leuten, dass man 0% reaktiv ist, sehr stoisch, weil damit kriegt man diese Leute schneller los und kann damit auch viel besser den Weg zur besseren mentalen Gesundheit wieder ebnen. Und damit hoffe ich, dass ich euch den Hass mal wieder näher bringen konnte. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch!